Prinzessin Dianas Bruder, Earl Charles Spencer, lebt im Tor Palace zusammen mit seiner Frau Karen und ihrer Tochter Charlotte. Am Mittwoch teilte Gräfin Spencer Bilder ihres geliebten Stallblocks, den sie wiederherstellen, um dort wieder Pferde unterzubringen, aber die Fans waren daran interessiert zu wissen, warum der Raum nicht mehr ein Museum ist, das der verstorbenen Prinzessin von Wales gewidmet ist. Existiert die Diana-Ausstellung immer noch? fragte der Follower, und Karen antwortete prompt, um zu erklären, nein, als William 30 wurde, gingen all ihre Sachen an ihn. Was hat Prinz William an seinem 30. Geburtstag von Prinzessin Dana geerbt? Als der Stallblock der verstorbenen Prinzessin gewidmet war, enthielt er sechs Ausstellungsräume, darunter wertvolle historische Stücke, die einst der königlichen Familie gehörten. Dianas ikonisches Hochzeitskleid, das von den Emanuels entworfen wurde, war ein wichtiger Teil der Ausstellung und gehört jetzt Dianas ältestem Sohn William. Außerdem wurde ihm die Spencer Tiara geschenkt. Es gab auch eine große Auswahl an anderen Anlasskleidern, die von der Prinzessin im Laufe der Jahre getragen wurden. Neben den Besitztümern erbte William die Hälfte von Dianas Vermögen, und die andere Hälfte ging an seinen Bruder Prinz Harry. Aber nach Magans Eintritt hatte Harry nicht mehr das Recht, das Anwesen zu besitzen, und es wurde an die Familie Spencer zurückgegeben. Er erhielt nur einige Ringe für seine Frau. Ein ganz besonderer Gegenstand, den William von seiner Mutter behielt, war natürlich ihr berühmter Verlobungsring, der jetzt fest am Finger von Prinzessin Kate sitzt. Die Informationen von Gräfin Spencer kamen, nachdem berichtet wurde, dass Prinz William und Harry den ersten Jahrestag des Todes ihrer Großmutter im selben Land verbringen, aber immer noch nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Gestern waren die Brüder weniger als 100 Meilen voneinander entfernt und nahmen öffentliche Termine wahr, hatten aber keine Pläne, sich zu treffen, bevor Harry morgen nach Deutschland fährt. Inmitten der Bedeutung des Anlasses ist ihre fortgesetzte Meinungsverschiedenheit eine traurige Erinnerung an den Schmerz, den Harrys Handlungen der Königin in ihren letzten Jahren bereitet haben. Ihr Tod wird mit einem beispiellosen Tribut von König Charles an die für geliebte Matriarchin der Familie, die vor genau einem Jahr im Alter von 96 Jahren auf Belmore nach 17 tadellosen Jahren im öffentlichen Dienst verstorben ist, begangen. Harry machte die Blitzreise in das Vereinigte Königreich ohne seine Frau und Kinder und ohne seine unmittelbare Familie zu sehen, einschließlich seines Vaters, der sich in Schottland aufhielt. Er kam an eine Preisverleihung im Namen von Waldschall teil, einer Wohltätigkeitsorganisation, die schwerkranke Kinder und ihre Familien unterstützt. Nach Angaben von Quellen ignorierten viele Menschen Harry, als er seine Veranstaltung verließ. Inzwischen wird der Prinz von Wales umringt, als er einen ehemaligen Profifußballer bei Summetskettengeschäft, Breta Moore in Schirnsbonemes, trifft, das 500 gefährdeten Menschen im Rahmen seiner Kampagne zur Beendigung der Obdachlosigkeit ausbildet. Es ist interessant zu sehen, wie die Menschen aufleuchten, wenn sie William und Karte sehen, im Gegensatz dazu, wie niemand Augenkontakt mit Meghan und Harry aufnehmen möchte. Pierce Morgan äußerte seinen Frust vor seinen 8,5 Millionen Followern und teilte ein Video von Harry bei der Ankunft bei der Waldschall Charity. Pierce witterte, wir sind so gesegnet. Hat Harry wieder angefangen zu jammern? In einer Nachfolgennachricht schimpfte er, stellen Sie sich vor, Sie fliegen 6000 Meilen in die Stadt, in der Ihre engsten Familienmitglieder leben, und niemand von Ihnen will Sie sehen, weil Sie sie in der Öffentlichkeit schlecht machen.